Am 21. August 2016 verloren drei Fahrgäste des historischen Segelschiffs Amisitia ihr Leben, als ein Teil des vorderen Mastes beim Einlaufen in den Hafen von Harlingen plötzlich abbrach und auf das Vordeck stürzte. Die Opfer wurden von den herabfallenden Teilen tödlich getroffen. Wie sich herausstellte, war das Maststück, das mehr als sechs Meter lang und sehr schwer war, durch Holzfäule von innen aus geschwächt. Die Amisitia gehört zur sogenannten braunen Flotte der Niederlande und ist eines von mehr als 300 klassischen Segelschiffen, die hauptsächlich als Charterschiff für Gruppenfahrten eingesetzt werden. Der Untersuchungsrat für Sicherheit hat ermittelt, welches die direkte Ursache für den Mastbruch war und ob diese auf strukturelle Sicherheitsmängel zurückzuführen ist, aus denen sich Lehren ziehen lassen. Die Amisitia ist ein Segelschiff mit einer Länge von 24 Metern. Das Schiff wurde 1889 als Frachtschiff gebaut und ist seit 1981 als reines Fahrgastschiff eingerichtet. Der Schiffsführer ist zugleich Eigner der Amisitia und hat damit die Verantwortung für die Instandhaltung des Schiffs. Die Amisitia verfügt über zwei Massivholzmasten. Durch die natürliche Trocknung des Materials und unter dem Einfluss von Wind und Wetter schrumpft das Holz des Mastes. Entlang der Außenseite ist die Schrumpfung stärker als im Kern. Dadurch bilden sich längs verlaufende Risse, die man Windrisse nennt. Dies ist ein normales Phänomen, das dem Mast nicht schadet, wenn das Regen und Spritzwasser aus den Rissen auch wieder herauslaufen oder verdunsten kann. Auf der Amisitia war jedoch eine Metallmanschette montiert, die den Mast vor Scheuerschäden durch die Gaffelklau schützen sollte. Ein Windriss, der oberhalb dieser Schutzmanschette begann, setzte sich bis hinter der Manschette fort. Das Wasser, das in diesen Riss gelangte, wurde dadurch hinter der Schutzmanschette eingeschlossen und war die Ursache dafür, dass es im Inneren des Mastes zu Holzfäule kam. Der faulende Kern war zum Zeitpunkt des Unglücks so stark geschwächt, dass der Mast unvermittelt brach. Während des vier Jahre dauernden Vorgangs der Durchfeuchtung und Faulung fanden keine regelmäßigen Kontrollen durch den Schiffsführer statt. Es wurde auch kein Wartungsplan aufgestellt. Allerdings wurden einmal Instandsetzungsarbeiten an dem Mast ausgeführt. Dazu hatte ein Wartungstechniker die Mastmanschette abgenommen und es wurden oberflächlich vorhandene morsche Stellen sowie Leisten, die bei früheren Reparaturen eingeklebt worden waren, von einem Zimmermann ausgebessert bzw. ausgetauscht. Dass das hinter der scheinbar einwandfreien Oberfläche befindliche Holz ebenfalls faul war, ist beiden entgangen. Der Mast der Amisitia wurde im Jahr 2012 von einem Prüfunternehmen kontrolliert und erhielt eine Zertifizierung bis zum Jahr 2018. Aufgrund dieser Tatsache war der Schiffsführer überzeugt, dass der Mast alle Sicherheitsvorschriften erfüllte. Das Gesetz sieht für ein solches Zeugnis jedoch nur eine Gültigkeit von zweieinhalb Jahren vor. Die Erteilung für einen Zeitraum von sechs Jahren erfolgte somit zu Unrecht und führte zu einer Situation der Scheinsicherheit. Diese Untersuchung hat aufgezeigt, dass ein Mast schon innerhalb von vier Jahren durchfaulen kann. Auch laut dem Gemeinschaftszeugnis für Binnenschiffe entsprach das Schiff allen Anforderungen. Die Untersuchung ergab jedoch, dass alle 329 Übergangsbestimmungen für historische Schiffe angewendet worden waren, ohne dass tatsächlich geprüft wurde, ob die diesbezüglichen Punkte eine Gefahr darstellten. Die Prüfstellen sind von dem Staat mit ihren Aufgaben betraut worden. Deren Prüfungen sollten von der niederländischen Aufsichtsbehörde für die Umwelt des Menschen und Verkehr überwacht werden, was in der Praxis jedoch nicht geschieht. In der Branche fehlt es oft an Fachkenntnissen in Bezug auf die sichere Instandhaltung. Die Untersuchung hat ergeben, dass es sich hier nicht um einen Einzelfall handelt. Um die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten, müssen Maßnahmen getroffen werden. Der Untersuchungsrat gibt deshalb die folgenden Empfehlungen ab. An die Schiffsführer und den niederländischen Verband für die gewerbliche Charterschifffahrt. Sorgen Sie für einen professionellen Standard, der dem Umfang des gewerblichen Betriebs in der braunen Flotte angemessen ist. Sammeln Sie Fachwissen über die sichere Instandhaltung und formulieren Sie Branchennormen. An die akkreditierten Prüfstellen. Nehmen Sie Ihre Verantwortung in Bezug auf die Zertifizierungen und die ordnungsgemäße Anwendung der Rechtsvorschriften wahr. Überprüfen Sie sämtliche Gemeinschaftszeugnisse und unterziehen Sie Holzmasten einer Nachprüfung. An die Aufsichtsbehörde für die Umwelt des Menschen und Verkehr, den Minister für Infrastruktur und Umwelt sowie den Wirtschaftsminister. Denken Sie über die staatliche Beaufsichtigung der braunen Flotte nach. Sorgen Sie für eine Abstimmung zwischen den Ministerien.